Für das Wissen. Ja, Wissen macht Freude, Wissen motiviert, Wissen schafft Freiheit und ich möchte gerne, dass nicht nur ich das Freiheitserlebnis über Wissen bekomme, sondern dass wir in Verantwortung dafür sorgen, dass alle Menschen über Wissen ihre persönliche Freiheit in Verantwortung für alle miterleben können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserem eigenen Verantwortungsbereich uns engagiert dafür einsetzen und all den Kämpfern gegen die Freiheit des Wissens uns entschlossen entgegenstellen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir Wege suchen, dieses auch in anderen Ländern, in der Gemeinschaft der das Wissensuchenden in der Welt mit zu unterstützen. Und ich kann nur der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu ihrem Jubiläum gratulieren, aber auch zu ihrem Motiv, zu dieser Kampagne gratulieren. Denn das brauchen wir in diesen Zeiten, wo die Menschenrechte gefährdet sind, aber eben auch das Menschenrecht auf freies Wissen, auf Freiheit gefährdet ist. Deshalb alles Gute und viel Unterstützung. Zum Glück.